Für alle, die das Scholz-Sommerinterview nicht geschaut haben, habe ich auch nicht, aber keine Angst, wir haben nichts verpasst. Bezüglich dem Thema, welches uns in Deutschland gerade am meisten bewegt, nämlich die Migration, gab es keine einzige Frage. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zugehen lassen. Und auf die Frage, warum die SPD im Osten teilweise nur bei 7% liegt, kommentierte Scholz mit den Worten, da ist was los, da könne man nicht drum herumreden. Viele Menschen seien mit der Unterstützung der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland nicht einverstanden. Das schrägt sich auch in den Wahlergebnissen nieder. Es gäbe aber nicht die Alternative, dass wir das ändern. Nein Leute, das ist das Mindset der SPD. Deswegen, warum sind die eigentlich noch bei 7%? Und zum Schluss noch das Thema Corona. Ich sage nur so viel, schaut euch diesen Clip an. Und entweder konnte sich Scholz nicht erinnern oder er hat wie immer, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und zu guter Letzt, erspart durch dieses Sommerinterview, ist für ein Haut rein. Es hat ein paar Entscheidungen gegeben, die drüber waren. Also, warum man zu bestimmten Zeiten nicht draußen spazieren gehen konnte, wenn man eine Maske trug und niemandem begegnet im Wald, das habe ich nicht verstanden. Und das, glaube ich, hätte nicht sein müssen. Ich bin überzeugt, dass die Ausgangsbeschränkung hilft. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass es richtig ist, sie in den Gesetz da reinzuschreiben. Wir werden die konkreten Bedingungen jetzt mit dem Bundestag und den Ländern festlegen. Das muss klug und lebensnah geschehen. Das wird auch am Ende so sein. Und dann haben wir diese Regelung, die auch für viele Bürgerinnen und Bürger eine große Erleichterung ist, weil sie dann wissen, woran sie sind. Also, ich bin überzeugt, dass das wirksam ist. Okay. Und ich akzeptiere, dass man da andere Meinungen haben kann. Und ich akzeptiere auch, dass sich da der eine oder die andere auch auf andere wissenschaftliche Studien beruft, als die, die halt Lauterbach da gerade benannt hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Trotzdem, glaube ich, wäre es ein Verbrechen, diese Möglichkeit jetzt nicht zu nutzen, angesichts der Gefahren, die mit den Infektionen verbunden sind. Und da hilft es dann auch nicht, dass wir die nächsten 30 Studien abwarten, bevor wir was entscheiden. Wir müssen jetzt handeln.